So, also ich wär's soweit. Es könnte losgehen. Haha, guck mal! Ja, das hab ich auch gemacht, ja. Haben die da eine Hunde gehört? Na, warte, lass mich direkt mal rein. Ich hab ja gesehen, dass es rot ist. Oh, Gott sei Dank. Ja, das hab ich auch gemacht. Das hast du nicht, das hab ich auch gemacht. So, ob ich reinkomm. Ich weiß nicht, dass wir da sind. Ich weiß nicht, dass wir da sind. Ich weiß nicht, dass wir da sind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir da sind, da sind wir da unten rein. Was? Ja, wie soll das gehen hin? Geht hinten rüber. Das ist noch eine Kroge. So. Das geht nicht schon wieder. Kommt nicht. Wo? Voll im Verarsch. Wir kommen da noch. Hast du schon gemacht? Siehst du den, der uns abschießt? Da ist er. Oh, er hat einen Hit, aber ich habe auch einen guten Hit, muss ich sagen. Ich stehe da auf der... An dem Fenster, an der Ecke da sicherlich. Ja, der kommt nicht raus. Das ist alles. Aber ich habe einen guten Hit gegeben. Jetzt ist es fertig. Oh, hier ist einer drin. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Geil, Agro. Nee, oder? Kommt jetzt echt zu mir. Ja. Ich werde silent abschossen von der anderen Flussseite. Ja, der kommt mal raus. Nein, oder? Das ist alles. Scheiße. Da ist eine Ground dabei, habe ich gesagt. Ja. Okay, die wissen, dass wir da sind und zwar. Naja, steht. Jetzt kommen wir wieder zurück. Der fängt ja. Also, die hinten echt gut. Das war mal so gestillt. Wow. Okay. Hat einer vor euch Heal gesehen? Ich habe keinen... Nee, er ist genau über mir. Genau über mir. Genau über mir. Jetzt kommen welche von hinten. Ja, schön. Jetzt brauche ich aber auch langsam Hilfe. Ich habe Karte gemacht. Ach, gut. Ich habe nur zwei Hits ausgetaucht. Dann hat er den aufgehoben. Mich flippen. Naja, er hat ihn aufgehoben, ja. Zollen wir uns Happy-Pointer sind scheiße? Hi, das ist ein Toolbox. Naja. Ab einen. Ab hier oben einen. Ab hier oben einen. Weißt du was? Ja, das ist ein Chaos. Kommt mir schon wieder einer. Genau über mir. Ab hier oben einen. Alter, verarsch mich. Wo steht der denn? Ich bin wie die Sau, Alter. Naja, fängt fast auf. Aber die haben jetzt beide alles schon mal... Es ist nicht schon mal gelegen. Wo kommt der Hund her? Also ich habe den komischen... Kannst du mal picken, wo er ist? Genau über mir ist er, ne? Da ist ein Fenster. Ich bin dran. Ich bin dran. Wir killen uns deswegen sicher nicht. Ja, lass den. Immer rennen immer noch beide zwei über mir rum. Aber die können nicht weg, die bleiben drin, weil auf der anderen Seite ist ja das andere Team. Da unten und weg hier rein. Äh, Dark Vision nehmen immer. Willkommen." jemand im. auf dem Balkon. Wenn du liegst auf dem Dach, kann man dich aufheben. Warte, ich guck mir das gleich an. Warte, wenn wir noch ein Fenster ein bisschen abheben. Man müsste mich eigentlich aufheben können. Einer ist draußen. Dort laufen sie nicht los. Warte. Einer ist über mir. Dann wird ihm hin. Oh, jetzt kommen welche von hinten. Ja, einer schreien. Guck mal, ob ich zu dir rankomme. Du musst dich sofort bücken. Soll ich mal rein pushen? Ja, da hab ich... Nee, nee, lass da liegt draußen auf dem Balkon. Nee, nee, nicht sneaken da oben stehen. Das ist ganz schlecht. Erst recht, wenn du schon mal tot warst. Ein O. Anderes Team bei mir. Nee, den ich hier hab, den könnt ihr nicht aufheben. Der liegt draußen. Ja, der liegt hier bei mir. Gott, ich hab ja dafür. Dann sind das hier noch. Ich weiß, haben sie den Balken geopfert mit diesen neuen Karten. Ja, wirklich. Achso, ist der dann weg verbrannt, richtig? Nee, nee, der ist nicht verbrannt. Der fehlt halt einfach. Die pushen gerade rein. Da oben ist einer im ersten Stock. Direkt über dir. Die pushen gerade rein. Das andere Team pushen rein. Die looten. Einer lebt auf jeden Fall noch von denen. Ja, hier ist... Hier ist noch einer. Da oben steht noch einer. Da oben steht noch einer. Da oben steht noch einer. Ja, mach das geschön. Ich muss mich verteilen. Ich hab gerade einen Hit. Ich brauch unbedingt eine Toolbox. Ja, ich hab hier schon mal geguckt. Hier ist ungefähr nichts. Er hat einen Hit über dir auf jeden Fall. Ich hab gerade einen Hit. Ich brauch unbedingt eine Toolbox. Könnt ihr mal ein bisschen da unten. Ich hab noch einen Hit. Oh, fliegt jetzt was. Ich weiß, er ist vorsichtig. Das gibt's da gar nicht. Ja, aber wir müssen ja immer noch sehr gut hinbooten. Ich hab noch einen. Ey, holst du die alle weg, also? Ja. Warte mal, ich werde versuchen, wenn du aufheben schießt. So, jetzt hab ich mir eine Zeilung reingepresst. Hat irgendwie wirklich eine Toolbox, Alter. Hab ich ihn nochmal. Ja, weil ich schieß... Ich schieß nur auf das Zeichen. Sobald er aufsteht, schieß ich. Das ist ja auch hässlich, ist gemein. Ich hätte auch nicht gewusst, dass du zwei Wände penetrieren kannst. Es ist noch einer. Es ist nur noch einer. Erster Stock steht in die Valle. Der von euch hat eine Winnie? Ich. Ah, okay. Ich seh ihn ja immer mal zwischen den Balken durch. Ja, ja, lass ihn mal rennen. Ich hab da schon zweimal wünscht, auf die Art. Warte mal bis aufheben. Es sind wieder zwei. Sehr schön. Es ist wieder einer. Ja. Es hebt dann einer mit auf. Warte. Warte. Haben die den auf dem Dach geholt? Ja. Den einer hatte ich jetzt schon drei Mal da unten. Ja, vielleicht ist das Bountie für das ich. Ziel weg. Ich weiß nicht, wie sah denn da aus, den du entwickelt hast? Ich hab durch die Wand geschossen, ich hab keine Ahnung. Achtung, Achtung. Achtung. Fuck. Fuck. Ich hab weg geschossen. Lass auf, der kommt direkt. Ich hab ihm da zwei, drei Schöne Hits gegeben, aber... Warte immer noch, dass Spawn die aufheben. Warum hebst du jetzt auch auf, Schatz? Schmeißt du was? Ich warte, dass der den Typen aufhebt, den ich hier vorne geholt hab. Ich weiß nicht, ob da ein Guldichtdown ist. Ja, ich brauch eigentlich nichts mehr haben. Nein, nein. Wie oft haben wir die Shit schon hier getötet, ey. Ich muss die unbedingt looten, war Freunde? Ich brauche die Keilung. Pass auf, der Shit. Komm, hier liegen auch welche bei mir. Schaut sich an, als wäre da unten einer steilt. Seid mir leid. Bin ich. Ist da jetzt noch einer drin? Ja. Ja. Da hörst du auf. Hast du welche in der Reichweite, die ich looten kann wollen? Ja, hier zwei Stück. Die sind draußen, da komm ich ran, ja? Ja. Ohne Fahr. Der Kollege ist direkt über mir. Achtung. Link zwei Stück. Pass auf, dass er nicht nochmal aufhebt. Das war jetzt auch echt hässlich. Ja. Ist mich noch keiner weg, oder? Das ist das größte Grund noch. Nicht gemeint, dass hier auch viel ist, wo es eine zweite liegt. Ähm. Ja, ich habe aber schon gelootet. Wäre super, wenn ihr auch nicht alle weglootet. Weil ich habe überhaupt keine Heilung mehr. Ich habe Pack-Ese. Die waren beide. Zwei Heilungen, wenn ich eine loote. Über... Oh, leben wieder zwei. Einer. Sehr schön. Warte. Der eine liegt jetzt auch hier unten. Wo liegen die? Ich glaube, das war's. Hier liegt man nicht. Ich muss echt mal in Loot jetzt, Alter. Ja, mach doch. Komm, hier liegen doch auch zwei. Ich komme jetzt mal in Loot. Ich glaube, das war's sowieso jetzt. Ich höre keinen mehr. Doch. Ja? Ich habe auch noch einen anderen oben gesehen. Mit dem, wo ich vorhin gekämpft habe. Das war ein anderer als der. Na gut, ich habe bei einem hier dreimal gelegt. So, wo ist denn ja noch einer zum Loot? Hier vorne liegt noch welche? Zwei Stück sogar. Aber ich habe sie auch schon glootet. Ich weiß nicht, ob sie... ... weg sind. Den liegt auf jeden Fall Bounty. Den kann ich nicht mehr looten. Ja, okay. Dann kannst du beide nicht mehr looten. Weiter vorne ist noch einer. Deine Weardsister liegt da noch... Was? Liegt die Weardsister nicht mehr da? Bleib mal kurz stehen. Doch, hier liegt die Weardsister. Beide bauen die Stone. Bleib mal kurz stehen, dass ich höre, ob Daniel drin ist. Ja. Voll. Finde ich so. Daniel, bleib doch nicht stehen. Daniel, bleib doch nicht stehen. Daniel, bleib doch stehen bleiben! Ja, ja, ich bin doch hier drüben. Ich würde auch gerne... Bleib mal leise, bleib mal leise, bleib mal leise. Leise, leise, leise. Daniel. Hallo Daniel, ich muss leise sein. Andere Daniel. Ja, es kann sein, dass hier auf der Seite was tippt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, dann lass uns einen Bounty holen und gucken. Ich bin oben drin. Ja, komm, nimm dir mal einen Bounty und schau mal. Ich mach hier ein bisschen Rambazamba. Jetzt schau mal. Ist nichts da. Juhu! Also, dann rein da. Hier ist noch einer zum Looten. Au, 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 au! Scheiße! Cyberglas! Ei, 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 ei! Was schlimm ist, ich hab den... Oh, der eine war tot tot wahrscheinlich, ja. Ja, ich hab den ja, ich kümmer auch. Den hab ich... Oh, der hat mir richtig leid an der Kollege. Ja, aber dann nehm ich dem Sanimozin mit, wenn ich darf. Ah, oder? Ja. Nee, du, alles gut. Kannst ja auch haben, wenn du willst, aber... Hier liegt auch noch einer. Dann die zwei unten habt ihr auch? Dann lass doch mal zusammenzählen. Achso, hier müssen ja mindestens sechs liegen. Ah, ich will die sechs also geben. Nummer eins... Zwei, drei... Wie viele liegen unten? Drei auch, ne? Drei liegen unten. Ja, ja, sechs. Sechs. Ja, da fehlt aber immer noch ein Team. Ja, das ist richtig. Ferns ist noch ein Team hier. Jetzt fehlt das noch ein. Hier, habt ihr den mitgezählt? Ja, der ist zu den drei mitgezählt, ja. Ich brauch mal ein bisschen Munition. Das ist aber gleich hier. Ja, dann werden wir ja gleich sehen, ob da noch was geht oder nicht. Ich seh nix mehr. Ja, warte mal, ich nehm ein bisschen eine Munition mit. Ja, einmal leer gepustet ist doch schon in Ordnung, oder? Weil ich will gar nicht wissen, wie oft ich den Kollegen da übertaufe. Oh, er erschreckt mich doch nicht so. Ja, ich hab den einen nämlich dreimal. Eine Ewigkeit später. Du bist ja nicht dahinten, oder so. Ja, das ist ja wohl... Das ist ja nicht mal irgendwie bug-using, oder so, weißt? Das ist ja... Erste Runde. Richtig gute Runde. Ich weiß nicht, wie viele Kills wir da jetzt gemacht haben. Ich glaube, die haben das andere Angreifer-Team iKill, und wir haben die immer wieder iKill. Das war also... Also, ich glaube, der eine war tot-tot. Ja, ich glaube, meiner war auch tot-tot. Ja, es gibt halt ein paar... Der Rest geht auf euch. Ich hab einen. Ist egal. Das haken jetzt Reports an alle. Da können Sie sich doch die Runde angucken. Das ist ja nichts Faules dran. Sie könnten bei mir im Stream reingucken. Das war ganz witzig. Oh, ich hab einen neuen... Ich hab einen neuen Follower, der Linemann 37. Ja, elf in dem Fall. Elfstück, Alter. Ich hab einen neuen Follower, der Linemann 38. Der Linemann 39. Der Linemann 38. Der Linemann 38. Untertitelung des ZDF, 2020